So, Zaufus-Leute. Diesmal ein Doppeltest, weil einer meiner Kollegen, die die Zündung vorgenommen haben, ein bisschen übermütig war. Als erstes die Colorful Emotion Verfeuer-Event aus der Skyband-Serie. Und als zweizem die Feuerblitz von Herrlad Feuerwerk 19 Schuss HT, die eine 25. Das sind alles Ports Kaliber 30. Da halt mit Standardaufbau und da Büromuld. Aber auf zur Zündung. Ja, da war ein Waupertreiber der Büromuld. Ja, schnell. Du musst ja erwarten, oder? Ja, mit der 30. Naja. 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 Naja, aber die hacken wir nicht miteinander schießen. Das war die Testbatterie. Was du ja eigentlich geschossen hast. Naja. Das ist kein Schuss. Das ist kein Schuss. Er ist kein Schuss. Das ist ein Schuss für einen Schwestern. Tja, das ist ein Schuss da? Ja. Ja. Naja. posteriorem Schuss der throughout осв mig euros.